Also, dann haben wir die Pics für heute. Ich überlege mir noch was und in der Zwischenzeit kann der Alex mal sagen. Okay, ich habe es schon ins Quip reingeschrieben und möchte das jetzt gerne ausführen. Ich picke Pokémon Go in dieser Zeit, weil ich mit meinem Sonnenmann gerade Pokémon fangen gehe. Ja, und erwähne diese Zeit, weil das ja durchaus an Beschäftigungsmöglichkeiten und Tipps, was man so mit Kindern in diesem Alter machen kann, ja vielleicht nicht unangebracht ist. Also, was die, pass auf, Copyright Einblendung und so weiter mit Pokémon. Ach, Quatsch. Also, ich muss sagen, dieses Pokémon-Thema, ich bin jetzt so ein bisschen umschifft, die vielen Jahre, die das jetzt schon gibt und geht auf dem iOS. Ich meine, ich habe nie angefangen auf irgendwelchen Nintendo-Konsolen Pokémon zu spielen, aber die Pokémon Go-Version, die hatte ich vor Jahren halt mal ausprobiert, als sie rauskamen und habe natürlich so ein bisschen miterlebt. Aber dann, persönlich habe ich das nicht genutzt, aber es kam jetzt halt irgendwie auf, dass Pokémon ganz coole Figuren sind bei uns im Haushalt, die Kinder fanden die ganz cool und so weiter. Und das Nette ist, das ist ja wirklich noch ein aktiv betriebenes Spiel, bei dem du einfach draußen rumrennst. Du musst niemanden treffen, du musst nichts anfassen dafür. Wenn du draußen rumrennen kannst, ist das eine sehr, sehr für ihn nette Beschäftigung, also, nee, für beide Kids eigentlich, die mögen das ganz gerne, mit einem Sinn, ein sinnvolles Rumrennen sozusagen. Weil Spazierengehen ist in dem Alter halt 4, 5, 6, 7 halt super langweilig, hat überhaupt keinerlei Anreiz. Und diese Pokémons, die sich halt überall verstecken, sind halt irgendwie eine fantastische Motivation. Und ich muss sagen, wir machen das jetzt jeden Tag und die Kinder kommen raus und ich meine, Spielplätze und so weiter sind eventuell gesperrt, Sportsachen sind eingestellt und so weiter rumlaufen. Und diesen virtuellen kleinen Tierchen hinterher zu jagen, ist sehr, sehr lustig und unterhaltsam und macht Spaß und man tauscht sich darüber aus. Und man hat auch mal so Strecken, wo halt kein Pokémon aus dem nächsten Gebüsch springt und dann kannst du dich ein bisschen unterhalten und so weiter. Also für diese Altersgruppe ist das gerade sehr faszinierend cool, muss ich sagen. Jemand, der das länger spielt, ich habe jetzt keinerlei Ambition, da irgendwie Großbattles auszuführen und so weiter. Wir gehen von Pokéstopp zu Pokéstopp, da kriegt man irgendwie so ein paar Bälle und dann kann man diese Bälle dann auf diese possierlichen Klartierchen werfen und dann sammelt die in seinem Pokédex. Und dann kann man sehen, wie viel man schon gesehen hat, wie viel man schon gesammelt hat und kann die natürlich auch aufstufen. Dann gibt es Raids und so weiter. Aber das machen wir alles nicht, sondern in dem Alter ist irgendwie nur spannend, was für ein neues Pokémon findet man. Dann haben wir das schon und können wir das wirklich fangen. Ist eine AR-Anwendung, also man hat diesen AR-Mode und das ist relativ lustig und man sucht dann so ein bisschen. Das wird sicherlich mit LiDAR dann noch besser. Also man sucht, man scannt so ein bisschen und ich glaube, der Scan ist wirklich nur dafür da, dass das Telefon weiß irgendwie, was ist Fußboden und was ist dann doch irgendwie ein Laternenpahler und so weiter. Dass es das Pokémon so halbwegs sinnvoll in die Umgebung setzt. Und dann wirfst du halt so ein paar virtuelle Bälle drauf und kannst noch ein paar Sachen einsetzen und dann fängst du es halt. Und das ist ein großes Erfolgserlebnis, so ein großer Spaß. Und ich muss außerdem sagen, also ich bin, wenn ich jetzt so zur Arbeit gehe, alleine, halt ohne Kind und so weiter. Ich halte dann auch bei den Pokestops an und sammle so ein paar Bälle ein für so eine Mann, die kann er dann später irgendwie raushauen. Weil ich habe jetzt kein Interesse, da irgendwie große Sachen einzukaufen und so weiter. Kannst du auch alles shoppen und so weiter. Aber der eigentliche Sinn ist ja so ein bisschen, dass man sich körperlich betätigt und so ein bisschen rausgeht. Und jetzt gerade, ja, wo vielleicht der eine oder andere Spielplatz gesperrt ist und wo du halt nicht irgendwie zu den Nachbarnkindern rüberrennen willst und so weiter, machst halt deine Spaziergänge für dich. Und das ist halt nur spaßig, wenn da halt auch was passiert. Und da passiert eine ganze Menge und es ist relativ, relativ faszinierend, was für Wegstrecken wir abschreiten im Moment. Und das gibt natürlich dann auch nochmal Bonuspunkte. Und sie belohnen dich echt nett so an jeder Ecke mit irgendwelchen Medaillen. Und dann kriegst du ein neues Level und dann kriegst du dies und das wieder. Also du kannst da, kannst du relativ viel machen. Und wie gesagt, das alles, bevor du in irgendwelche Battles und wir rüsten jetzt Pokémons hoch und haben Eier und lassen da züchten irgendwelche Pokémons, bevor wir das überhaupt angefasst haben. Wir laufen einfach nur durch die Gegend und sammeln Pokémons. Und das macht relativ viel Laune. Also wer das vielleicht so auf dem, nicht mehr auf dem Radar hat und vielleicht Kinder in dem, Alter, ich kann das echt empfehlen. Das ist eine nette, sehr sympathische Geschichte. Du brauchst eigentlich nichts einkaufen, wenn du einfach genug Zeit und Geduld, also das Spiel ist kostenlos. Und die Inhabkäufe, die du machst, die sind optional, wenn du dich nicht schnell weiterentwickeln willst. Und wie gesagt, uns geht es wirklich darum, was zu finden, was Spaß ist draußen zum Laufen. Und jetzt irgendwie durch den Wald. Ich meine, die Nintendo hat eine ganz gute Qualität der, in Anführungszeichen, Karten. Also du kannst schon sehen, wo die Wege und Strecken sind und sie setzen die Pokémons relativ sinnvoll. Und dann sammelst du die halt ein und gehst wieder nach Hause und bist glücklich. Also ich muss sagen, das ist eine nette Unterhaltung für Kids in dem Alter. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich halt auch mehr unterhalten, als wenn ich jetzt so ein Kind mit mir mitschleppe, was keinerlei Bock hat, irgendwo spazieren zu gehen und so weiter. Oder irgendwie auch keinen Bock mehr hat, irgendwie einen Fußball zu kicken oder so weiter. Und dann, da passiert halt relativ viel auf diesem Bildschirm. Und ich habe es halt auf meinem iPhone installiert, den Account, den wir da benutzen. Und halt auch irgendwie für ihn das Telefon. Man macht das so ein bisschen gemeinsam. Er schnippst dann so die Bälle, muss sich aber nicht dann mit seinem Gerät irgendwie beschäftigen. Du musst ja auch keine Leute treffen, obwohl du schon manchmal bei diesen zentralen Punkten über andere Leute, also die triffst du dann schon so. Die stehen dann auch so rum und setzen mal ein Pokémon hier in diese Arena und gehen dann weiter und so weiter. Das ist schon relativ lustig. Unbedingt mal anschauen, wenn man da für einen Anwendungsfall hat. Pokémon Go. Gibt es das nicht auch mit einer Harry Potter Skin? Das gibt es auch mit Harry Potter, hast du recht. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das habe ich auch mal ausprobiert. Das ist ein bisschen neuer sogar. Ich weiß aber, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gut das ist. Bei Pokémon gibt es halt relativ wenig zu lesen. Ja, da gibt es so manchmal so Erklärungen und dann, aber Harry Potter hatte ich so in Erinnerung, als sie es ausprobiert hat. Das war so eine elendige Geschichte am Anfang und so weiter. Das war ein bisschen, für mich war das nicht so spannend. Aber es gibt es, ja. Also, wenn du da vielleicht ältere Kinder hast, die auf Harry Potter stehen, gibt es genauso. Ich kenne da zwei, die auf Harry Potter stehen, aber keinerlei Smartphone oder sowas haben. Das ist schlecht. Dann musst du dein Gerät hergeben. Nein. Nein. Okay. Nee, keine Ahnung. Jetzt ist es auch nicht so, dass das besonders Stubenhocker wären, aber vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Oder halt Pokémon jagen. Gut, ich linke das und das Harry Potter Ding. Aber ich hatte gelesen, das Harry Potter Ding, das hat nicht so gezündet, glaube ich. Ah, weiß nicht. Also, die Westen messen da mit Maßstäben, die, glaube ich, also andere Firmen wären sehr froh darüber, wenn das so zünden würde. Aber Pokémon ist einfach so ein Dauerbrenner. Und natürlich, also diese Raids und Events und so weiter, die du gesehen hast bei dem Start von dem Ding, wo die Leute halt in Tausende von, um halt gewisse Stationen rumgestanden sind, das ist halt alles jetzt nicht zu empfehlen. Aber wie gesagt, du kannst halt deinen Spaß haben, indem du einfach nur rumläufst. Und die verstecken sich halt in wildesten Ecken. Und ja, das ist halt echt lustig, muss man sagen. Gut. Gut. Gut.